So, da sind wir nun in der Fabrik. Hallo, herzlich willkommen, ich bin's, euer Milzi, Classic Time und Chrono Trigger. So, wie wir gesehen haben, sind wir jetzt in der Fabrik. Mein Neuer dabei ist, der Robi. Aha, da müssen wir uns suchen. So, gucken wir nicht aufs Fleece-Band. Ach mit. Kann man die Knöpfe da machen? Aha. Was ist das? Da kommen wir nicht weiter. Ah, was ist das? Eine Eda-Medizin erhalten. Okay. Kommen wir da nach rechts? Nein. Mal schauen, wie wir da klar kommen. Ja, da gehen wir so rum. So, ein kleines Labyrinth hat er. Robin Hood. Oh, ich glaube das ist für den Robi. Ja. Ist das fertig? Robin Hood. Ah, neue Waffe, die Mahler. Okay, nehmen wir doch gern mit. So. So. Jetzt müssen wir mal mal checken, was da weiter geht. Und da kommen wir hier vorweg zu, oder? Gucken wir mal wieder rein. Okay. Okay. Hopla. Jetzt müsste der komplett sein. Wann auch nicht? Das wäre einer. Das ist ein Robo-Dude. Das wäre gar nicht. So. Ja. Okay. Okay. Es geht weiter. Und wieder. Geh wieder. Drei Stück. Wenn wir jetzt fliegen. Wenn mir die drei werden wir treffen. Jawohl. Mama, kumbo, ach okay. Okay, den Roller. Den Roller. So. Nein, Maus habe ich noch. So. Maus weg. Ui, jetzt gehen wir gar noch Fünfer. Ui, 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 ui. Jetzt wird es aber... ...oder, ich glaube, noch eine Pakete rollen. Noch eine kleine Pakete rollen. Hm. Nein, ich hab noch genug Energie. Boah, mal ein bisschen Stromschub. Noch einer. Jetzt müssen wir mal alle gehen, man. Du, Mann, Robi. Ob, Robi, komm schneller. Mach hinne. So, beim nächsten Gegner mache ich erstmal ein Aura-Wirbeln. Jetzt wird es knapp hier, 91. Mal erreicht nächste Stufe, das ist gut. Noch einer. Okay, uh, das ist ein Mario. Ah, ich habe genug Technik. Ich würde kein MP verschwenden, Aura. So. Okay, wir haben neue Gegner an der Tür. Ich gucke, wo das uns alles eh geführt. Aber die dürfen jetzt nicht so schön sein. Die Sicht fällt mir immer ein bisschen her. Oh Gott. Eigentlich kriege ich mal wieder. Jetzt sind zwar ein bisschen Wasser, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Watsch! Die finale, sie haben die Vollschwarte. Probier euch nächste Stufe, yes! Okay, jetzt kommen wir da hin. Was sind denn so viele Schatzkisten? Ah, jetzt kriegen wir die Schatzkisten. Tränen die Mediziner halten. Du hast noch eine Tür. Die Tür geht nicht auf. Die geht aber auf. Zwei Schatzkisten und zwölf. Okay. Die Rakete holen dich. Riech es, die Scheiße. Die brauchen wir auch für den Bus. Wuhhh. 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 Lust du mal in Robby geh? Na, wir gehen nicht mal für Robby. Ich bin dran. Jetzt reicht Zyklon. Wuhhh. Reicht. Reicht Wo geht's denn? Oh! Kommt hier noch einmal? Gucken wir grad die Schatzkicht holen Ah, das ist nixie Nixie macht das jetzt auch Ohi Eta, hoffentlich hat sich das gelohnt Leer Leere Schatzkicht Ja toll So Nach dem Signalton den Kran mit zwei dieser Buchstaben bedienen A B X Y Oh jesus So weiter Ohhhh Gut Einmal hier gemüsst Oh Jetzt sind die wieder durch Das hat uns Energie Ja ist doch gut Mal gerne vorbei Ah Was hat denn sein Status? 177 Ja das hätte ich jetzt nicht Spurs hätte ich nicht gemacht So Jetzt ist das Fass weg Und jetzt kann ich da rum Schatzkicht Und Oh Bolzenklinge Bolzenklinge So Wieder stärkere Waffe Das geht ja So Was sagt der Letzter Sperrcode Für Verteidigung Zabi Übersetzung X A B Y Habe ich nochmal X A B Y So warte mal Ich muss da kurz was gucken So Ne Das ist net welk années ist das hier Ah okay Wo habe ich jetzt x? Das müsste b sein. Das ist b. b a y x Habe ich was zum Schreiben? Habe ich was zum Schreiben? Ich muss schreiben, ich muss schreiben. Weil ich habe da einen anderen Controller. Ich habe keinen Super Nintendo Controller. Schreibt der? Ja, der schreibt. Also, Xabi heißt das. Ihr seht das jetzt nicht, was ich da mache. Ich habe das Menü aufgerufen. Da stehen die Tastekombinationen für meinen Controller. Also, b ist da unten. Das ist 3. a ist 2. x Achso, was mache ich in x? Also, x ends 2 3 4 Uh-huh Das ist schon wohl stark her. Okay. So, jetzt geht es wieder weiter. Okay. Jetzt haben wir einen Sperrgut. Den brauchen wir. Das ist bestimmt wichtig. So. Wo war das noch? So. So, ich habe noch auf aus. Da komme ich nicht auf das Vliesband. Okay, dann hat der Oberweide. Da rechts bin ich auch noch nicht, genau da war ich auch noch nicht, das sind jetzt die stehen jetzt nicht zusammen, die müssen wir einzeln kaputt machen Boah, der hat viel Energie her, Fiki, 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 ich brauche mir so eine super Schnauze Boah, Flammewerfer 43, Alter, die Hände, die haben schon neu her, ich habe noch genug Tonic, ich habe noch genug Tonic, alles cool, alles cool Dudes, ich brauche jetzt noch das zweite für für der Kran, da habe ich noch ein zweites Fass, das ist ja auch noch, das muss ich auch noch weg machen, weil da alles ist, 400 geht nicht mehr hin, weil da steht mit 12 von den 4 Tasten kann ich den Kran steuern, und jetzt kannst du ihn mir lesen, super, was ich noch immer hier, jetzt, Code 00 ist X und A, und Code 01 ist BB, okay, dann geht nicht, okay, das war mal ein guter Schlag, so, ich meine, wenn ich ja die Male gezielt kann, so 50, die Male müssen wir eigentlich auch fürs Heile nutzen, so, nach der Runde mache ich noch kurz mal Heile-Faust, so, Erfahrungspunkt und Geld, den nehmen wir mal mit, so, jetzt müssen wir wieder zum Kran, und das zweite Fossilkmacher, Jetzt werden die Dudes vorbei, die bin ich jetzt ein Kämpfer, so, was war noch mal B, ich glaube, das war B, na, so, guck, jetzt macht er das zweite Foss weg, jetzt kommen wir noch durch ihn herum, jetzt kommen wir noch durch ihn herum, jetzt kommen wir noch durch ihn herum, und tschüss mit dem Foss, so, das erste habe ich so gelöst ohne den Code, sonst würde das Foss weg, So, jetzt wieder an deine Dudes vorbei, und wenn sie auseinander sind, gegen die will ich jetzt, wenn ich nicht kämpfe, und jetzt kommen wir noch nicht da rum, Ah, jetzt sind wir da, Ah, das ist mal gut, jetzt gehen wir vom Anfang schon an da hin, okay, das ist gut, Ah, da bin ich wieder da nahe gelaufen, Scheiße, jetzt muss ich noch mal gleich in die Kämpfe, Sonst sagt man das keine, Ah, das wird wieder ein bisschen unnötig Zeit vergeudet, Die Fabrik wird doch schon länger her, nicht getochtet, Jetzt kommt noch einmal, jetzt kommen drei Stück von denen, So, jetzt ist die Raketenrollen, Zack, erst mal gescheissen, Okay, du musst ihn umziehen, Dann muss ich jetzt mit M-Sprach auf dem G, Yeah, Post, 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 Super, Ja, Da kann ich ein bisschen was erzählen, Jetzt, wo nicht das Video sehen, Ich weiß nicht, wo nicht das sehen, haben wir bestimmt schon 5000 Klicks für Justice League Trailer Action, Ja, Und ich bedanke mich auch für die neue Opponente, die schon bekommen sind, Geht doch gut ab, der Kanal, So, wo ich angefangen habe da, Mit Chrono Trigger, Aber ist noch nicht so gut, Aber, Mir lohnt sich doch, Ohne Fleiß kein Preis, Ich habe jetzt zum Glück noch Urlaub, Kann ich das machen, Aber wenn ich wieder arbeiten gehe, Gar nicht nehme ich so viel Teil auf, Sehen wir dann, Gucken wie weit ich jetzt die Woche komme, Ich stelle mir morgens jetzt zwei Stunden spielen, Und dann habe ich, Mittags habe ich immer halt was vor, Das ist dann halt das, So, Kann ich wieder aufs Fliessband, Ah, So kann ich mal T-Shirts gestalten, Hey da halt, Ah, Endlich, Okay, Puh, So, Heute machen wir kurz abspeichere, Bevor da noch was passiert, Aber wir haben ja gut trainiert, Gil Hammond, Boah, 7.370, Wird auch bestimmt wieder alles teurer, Das kann es sein, So, Wie geht es jetzt weiter? Ah, Warte mal, War da nicht im Labor was? Mit dem Sperrcode, Ich kann mich da so leicht, leicht da innen, Ah, Scheiße, Der hat mich jetzt geschehen, Die Dudes, Machen wir es ja kaputt jetzt heute, Uh, Die Ziehen aber doch gut an, Nicht auf die Barakete wohl auch gemacht, Jawohl, Gut mal, Jawohl, Savohl, Robby, Danke lange, komm, Oh, Jetzt kriegt's den Stromschlag wieder, Ja, So, 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 So. Boah, Was bist du mit dem Sperrcode? Na, scheiße, das war volle. Aber ich bin so stark. Scheiße. Kann ich dann mit Markei kaputt machen. Hätte ich Stich machen müssen. Mach ich jetzt auch. Dann müssen wir mal jeder nehmen jetzt. Vielleicht nehmen wir Unterkunft. Buh, okay. Wir haben das Passwort. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir uns erinnern. Wo war der scheiß Computer, wo man das Passwort eingeben kann. Ich kann mich da vage erinnern. Da stecken halt ein paar Dach dazwischen. Jetzt, wo ich das das letzte Mal gespielt habe. Deswegen weiß ich das jetzt nicht. Aber ich hätte ihn in der Mitte nehmen müssen. Natürlich. Oh, Maus. Äh. ARD Text im Auftrag von Funk Bist du das mit dem Sperrcode oder ist es wieder Falle? Da passiert gar nichts. Das wäre ja auch zu nice gewesen. Zu nice ein Stein. So, die haben jetzt im Klick alles erledigt. Bist du das mit dem Sperrcode? Oh, scheiße, das ist auch eine Falle. Dann wollen wir einmal eine Rakete holen und dann wird sich die Sache geritzt. Scheiße. Ficky, fick. Dann wollen wir den Stich kaputt machen. Hm, die gehen da mit Magie kaputt. So. Oh man, ist der... ...weiner mit Ritzel kaputt. Da stimmt nur noch einer. Der 1-Bestel mit HG ist der... ...wild sie. Ha! Okay, das war auch nicht der Computer. War immerhin Level 4C. ... Ja, 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 ja. Oh, hoch. Ah, ne, da ist der Speicherpunkt. hoch geht es wieder zurück das wissen wir jetzt hoffen wir uns nochmal verlaufen ich bleibe ohne Musik das ist so viel Müll, ah da ist es doch, das weiss ich doch, das sehe ich doch, das sehe ich doch auf der Suche nach dem Computer, das ist er, genau, 1, 2, 3, 4, Verregungssystem, Zabi in Betrieb, 1, 2, 3, 4 und die Tür ist auf, juhu Neisenstein so, was uns hinter der Tür erwartet, soll man auch noch, oh na, ist mal was erreicht oh oh Bobby, was ist los, Bobby Alarm, Sicherheitssystem, spielt verrückt, sofort evakuieren Boah, Robi Veilung, verletzt, bought Robi, gibt alles noch, Robi, was ist mit dir Robi, oder Ausgepackt, Rubi, ist alles ok Notfahrstuhl außer Betrieb Nein Aufzüge deaktiviert Das sind meine Freunde R64Y R67Y R69Y Wie schön Was macht ihr da Hey Ich habe gemeint Das sind die Freunde Du bist defekt Du wurdest manipuliert Was Ich habe ein Fehler Bestätigt Ne oder Ein defekt Ich bin ein defekt Ne du hast nur Gefühle Hast du unsere Mission vergessen Alle Eindringler müssen eliminiert werden Dazu war ich da Du bringst uns Schande Du musst zerstört werden Nein Was macht ihr Alter Muss man Robby gehen Nein Aufhören Die sind meine Brüder Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Bitte Hört auf Bitte Nein Lass mal Robby gehen Oh ist das traurig Und nun sind die Eindringlinge dran Die arroganten Blechkissen So kommt ja nicht davon Okay Aber ob wir die jetzt packen Sehen wir erst im nächsten Teil Alter wie traurig er Wir müssen den Robby befreien Und die Ohne Raketerolle Muss ich jetzt alle Einzelnen kaputt machen Ich hätte doch die Luca mitnehmen müssen Für Feuerwirbel Aber egal Das sind alles Sehen wir am nächsten Teil Ich war es Euer Milzi Chrono Trigger Classic Time Bis zum nächsten Mal Und bleiben so wie nach Sinn Was anderes bleibt euch eh nicht übrig Ciao